ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal kreuzfahrt camper ja mein spielzeug es ist endlich da die dji mini 4 pro und was sie alles so kann und unsere ersten erfahrungsberichte erfahrt ihr alles nach dem intro bevor wir dazu kommen warum wir uns überhaupt für die dji mini 4 pro entschieden haben würde ich sagen machen wir als erstes erstmal das unboxing das ist auch recht unspektakulär ja ich hatte sie natürlich schon mal auf weil ich habe sie ja auch schon ausprobiert und registriert und so weiter und so fort es ist im prinzip einfach wir haben uns für das combo paket entschieden da habt ihr dann das thema dass ihr eine packung dazu bekommt also eine tasche dazu bekommen und in dieser tasche habt ihr drei akkus das gucken uns jetzt gleich einmal an ich würde sagen ich hänge mir die einfach mal um und dann machen wir die mal auf die tasche gehört halt dazu ihr habt eine fernbedienung gleich mit display also das heißt ihr habt da keine probleme dass ihr euch mit dem handy wieder abmühen müsst oder sowas ihr habt den lade die ladestation hat den vorteil lädt der akku etwas schneller ihr habt drei akkus dazu die drei akkus kann man dort sozusagen gleichzeitig laden aber sie laden natürlich einzeln nach dem anderen und natürlich habt ihr die dji mini 4 pro das natürlich auch klar sie kommt in sehr kompakten format falls ihr euch für das combo paket nicht entscheiden solltet auch kein problem man kann die natürlich auch so ganz gut in den rucksack reinpacken denn das ist auch ein vorteil dieser drohne natürlich ja ich würde sagen schauen wir uns das ganze mal an warum wir uns für die dji überhaupt entschieden haben so natürlich kommen wir auch gleich noch dazu dass wir das ding mal fliegen lassen und so weiter das gibt es gleich aber erstmal erklären wir euch warum wir uns überhaupt für die mini 4 pro entschieden haben ja was soll ich sagen beim up and down vanlife treffen von barbara und frank haben wir uns für dieses jahr beziehungsweise haben wir den freddy von one world thousand places kennengelernt und der hatte mir ja wie soll ich sagen erklärt dass er die dji mini 3 pro hatte wir haben uns die angeguckt und ich fand die schon von anfang an recht cool zu unserer aktuellen drohne das ist noch die er der ersten generation die ist halt ja wie soll ich sagen sehr problematisch was das was die bildübertragung betrifft also sehr unstabil außerdem natürlich sehr laut und das hat mir schon hier ziemlich gefallen mal einmal davon abgesehen dass man hierfür theoretisch keinen führerschein mehr braucht haben wir uns im prinzip deswegen auch für die mini variante entschieden das ist das eine das zweite ist sie hat endlich die klassifizierung also in der open kategorie kann sie geflogen werden also ohne führerschein klar wir müssen sie registrieren alles gut das ist kein problem versicherung muss vorhanden sein auch alles kein problem aber das ganze ist ja sehr kompakt und wir können das schön schnell einfach mal in den rucksack stecken oder halt so wie es hier ist haben wir die tasche dazu die tasche ist natürlich super geeignet um die einfach mal umzuhängen und schnell mitzunehmen das sind so alles die sachen warum wir gesagt haben das mini modell ja das könnte es für uns werden so der trecker ist jetzt endlich vorbei es hat einen moment gedauert ja warum haben wir uns für die vier eigentlich entschieden beziehungsweise nicht die drei gekauft das thema war der freddy hatte ja ich würde mal sagen schon echt gute preise gekriegt und wir hatten gedacht boah ja die drei könnten wir uns eigentlich zulegen aber dann gab es ein paar gerüchte mensch die drei die ist ja schon eine ganze weile auf dem markt in dem fall waren es schon zwei jahre und es wird wahrscheinlich ein neues modell noch dieses jahr geben also haben wir gesagt gut kommen wir warten haben wir hat sich natürlich auch gelohnt denn wir haben hier ein paar neuerungen dabei und also zum beispiel auch diese omnidirektionale hinderniserkennung also einmal komplett rundherum ihr könnt die im folgeflug ganz gut bedienen das ist also kein problem und sie fliegt halt auch nicht einfach irgendwo in baum rein oder in die in an die wand oder wie auch immer also es ist für einen anfänger super geeignet das ganze fluggerät das heißt ja kann ich auf jeden fall empfehlen ich will kurz noch mal auf die preise eingehen ja ihr habt im endeffekt die unverbindliche preisempfehlung 50 euro ungefähr mehr als die dji 3 mini pro muss man sich überlegen ob man die dieses geld dann dementsprechend ausgeben kann wir haben uns für das kombo entschieden das kombo liegt bei 1130 um den dreh euro ihr habt die einsteig schicks modell mit der kleinen fernbedienung ohne display für glaube 799 ungefähr und mit der größeren fernbedienung liegt glaube ich bei 999 ich kann euch empfehlen nehmt ruhig die bessere fernbedienung denn ihr habt dann nicht mehr das problem dass ihr mit diesem handy rumeiern müsst das geht einem doch irgendwann ganz schön auf dem geist und es dauert auch einfach bis man am fliegen ist also es ist halt einfach einfacher ist es dabei und gut ist die kiste ja schauen wir uns das ganze mal an wie sie eigentlich fliegt und was wir da so sehen so das auspacken und beflug flug bereit machen ist relativ einfach die hebel hier die sind schraubbar und die sind hier hinten eingeklickst also das heißt dafür hat man auch gesorgt diese antennen werden einfach nur weggeklappt und dann ist das thema erledigt zum fluggerät selber ihr habt einmal die die diesen schutz für die flügel damit die im prinzip nicht um also kaputt gehen dann habt ihr noch die den schutz für den gimbal den nimmt man ab und dann kann man das ganze auch schon hier ausklappen also relativ einfach zack zack und dann haben wir das thema schon und schon ist das ganze schon flug bereit und wir können es einschalten ja was wir natürlich jetzt nicht mehr haben ist die kalibrierung ich habe das bei der er immer gehabt dass ich vom flug einmal kalibrieren muss also das fluggerät drehen muss dass das ja den den norden und so weiter gut erkennen kann das habe ich bei meinen ersten flügen hier noch nicht gehabt wir hören uns das jetzt ganz einfach mal an denn sie ist doch relativ leise und ich bin da ziemlich glücklich darüber dass sie auch sehr leise ist ich lasse jetzt mal starten ja und eigentlich kann man schon sagen wie man hört man hört fast gar nichts bis auf den controller weil ich jetzt halt als hindernis erkannt wurde wenn ich dann steige ist das ganze natürlich weg und vom lärm her ist das relativ gering also natürlich hat man kleine kleine geräusche dabei das ist das denke ich ja normal ja und ich würde mal sagen schaut euch einfach mal die farben an vom bild jetzt schaltet das jetzt mal ein und schwenkt da einfach mal rum sie fährt fliegt sehr sehr sanft also man kann sie auch gut kontrollieren und schöne aufnahmen dadurch generieren und hinbekommen auflösungsqualität natürlich in 4k sonst habt ihr natürlich 4 60 bilder die sekunde hallo dann werde ich einfach mal ein foto machen das ist jetzt gegen die sonne natürlich habt ihr jetzt hier gegen die sonne ganz andere qualitäten als wenn es entgegengesetzt ist dann drehen wir noch mal zur anderen seite dann mache ich noch mal ein foto entgegengesetzt so und ich glaube da habt ihr schon relativ guten einblick bekommen wie die aufnahme ist so ich würde vorschlagen ich blende euch das jetzt einfach mal ein und zwar seht ihr hier den haarpunkt das ist euer home point von dort aus seid ihr gestartet das heißt wenn ihr also mal versehentlich nicht mehr wissen solltet wo denn eure drohne ist zeige ich euch das mal fliegen wir mal kurz an die seite und dann seht ihr den haarpunkt theoretisch nicht mehr wobei doch ganz an der seite seht ihr den haarpunkt und in die richtung müsst ihr fliegen um dass ihr dann wisst wo euer startpunkt denn gewesen ist also euer home point also relativ einfach und schon wird er wieder auch auf der straße eingeblendet das ist halt ein tolles spielzeug außerdem zeige ich euch noch was anderes dazu muss ich die drohne noch mal umsteuern nicht nur dass ihr diesen haarpunkt habt sondern ihr habt auch die möglichkeit jetzt zu sehen wenn ihr die kamera nach unten schwenkt wo denn das fluggerät landen wird marcel würdest du mal diesen hebel ein bisschen weiter runter ziehen den ja genau nach unten drücken einfach mal nach unten drücken genau ihr werdet sozusagen dann näher rankommen das fluggerät kommt weiter tiefer und ihr seht dass dieser punkt auch immer größer wird jetzt einfach mal gedrückt halten und dann landet die drohne auch und zwar dort an der stelle wo dieser punkt euch gekennzeichnet wurde die kamera schwenkt dann natürlich zurück ja ich muss auf jeden fall ganz 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 lieben dank an meinen mann richten nämlich der hat mir ermöglicht diese drohne dass wir die kaufen dass wir die dementsprechend euch vorstellen dürfen und ja ihr kriegt jetzt noch mal so videoszenen eingeblendet von unseren ersten flügen die wir so hatten alle unter anderem ist es auch nachtaufnahme dabei beim lagerfeuer also ich glaube das ist ganz cool geworden bleibt auf jeden fall dran da seht ihr auch noch mal so diesen nachtmodus dieser kamera die ist gar nicht so kacke also natürlich kommt sie auch an die schwächen dann ran irgendwann das ist klar aber so an sich ist das schon eine schöne sache für gewisse kleinere nachtaufnahmen ja wenn ihr fragen habt dann immer rein in die kommentare ich versuche euch die natürlich zu beantworten und euch dann dementsprechend dann feedback zu geben vielleicht muss ich dann das ein oder andere ausprobieren vielleicht gibt es auch noch mal ein weiteres video das muss man dann einfach sehen wie sich das ganze ergibt auf jeden fall wünschen wir euch sonst soweit alles gute passt immer auf euch auf und allzeit gute fahrt wir sind ja hier auf einem kreuzfahrt camper portal beziehungsweise kanal also das heißt camper kanal und ja wir wünschen euch alles gute in diesem sinne bis zum nächsten mal tschüss eine sache vergessen natürlich wird das hier kein drohnen spezialkanal oder sowas wir wollten euch unsere erfahrungen einfach dazu mal zeigen und sagen wie wir das gerät finden und ich bin da ziemlich von überzeugt und finde es ziemlich cool also für den einsteigermarkt und auch überhaupt als zweitdrohne super tolles gerät lohnt sich auf jeden fall zu kaufen bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020